ja ich bin doch schon raus ihr seid schon weiter gefahrt ihr fahrt schon weiter was wollt ihr denn von mir ja 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 jetzt auf oder lässt du es ach ich muss erst hier rum wieder an machen ja 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 schießt ich muss hier kurz mal das scope wechseln. Von der falschen Waffe natürlich. Hä? Bist du Besovski? Von der Waffe das scope wechseln. Die müssen ja auch hier alles mitnehmen. Hier lag noch was. Mach die Backen zu. Alter hier piept es überall. Alter, hast du sie schon gefunden? Nein. Jede Sekunde zählt. Das tut mir! Es ist! Ja! Ich esse jetzt! Noch wer ohne Fahrschein. Der zappelt da ein bisschen rum. Alles gut bei dir? Oh shit. Dem scheint es nicht so gut zu gehen. Flach! Viel Flach! Knazi! Flach! Viel... sehr kurz hier habe ich doch selten immer noch nichts aber die haben auch nur die großen gewehre stimmt schon ja Oh, da darf man jetzt wohl nicht mehr lang gehen, he? Der Rauch ist, glaube ich, nicht gut für uns. Der ist auch gestorben da dran. Dann gehen wir halt oben rum. Das macht ja nichts. Geh mal oben weiter lang. Versuch's doch. Boah, ist das eklig hier. Boah, Alter. Die armen Menschen. Achtung, Spartaner. Die Kommandoszentrale gehört uns. Falls der Funk rausfällt, versammelt ihr euch hier. Geht ihr euch nicht? Geht ihr die Steuerung für Führer und Aufzüge an? Macht alle Gänge nicht, die wir nicht brauchen. Da muss ich nicht in den Kreis rennen. Jawohl. Warum, warum ist mein Fleisch weg? Ja, ich werde hier jeden Einzelnen töten. Das ist scheißegal. Alter, ihr Wichser. Habt ihr mich erschrocken. Uuuuh, die. Ha, 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 ha. Ihr kleinen Schlappschwänze hier. Alter, ihr explodiert gerade alles. Was machen denn unsere Leute? Alter, wer ballert denn da rum? 21 Schuss. Was machen denn deine Schlappschwänze hier? Ja. Ich würde das брос aprken. Was ist fertig? Jakbel Schlawo. Was ist das? Meine можешь. Oh, was ist das? Ich würde, tanflucano. Das ist auch aber. fluids dirię duties. Ist das? Was ist das? Da war Vampiren überall. Das war die ganzen Leute hier looten. Gibt mir alles. Hier. Manchmal macht die Waffe was sie will. So machen wir die Türe auf. Da kommt hier nicht ein Endboss. Oh. Der ist down. Das gibt mir mal die Waffe. Was war das? Alter. Was sind das für Menschen bitte? Piep 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 piep. Oh man. Gibt es hier irgendwo was wichtiges? Nö. Kommen wir nicht jetzt zu dem Arztbüro. Ding. Wechsel mal die Waffe wieder. Das Anna. Ach. Ich wusste es. Hinter dir. Oh. Oh. Alter. Anna. Gott sei Dank. Melken wir uns beim Oberst. Schlampig gearbeitet Anna. Ja. Ja. Mach das. Alter. Ist das eklig hier. Wieso piept es hier wenn hier gar nichts ist? Aber diese ganze Situation. Ich hätte nicht gedacht, dass wir etwas Schlimmeres als den Kult an der Wolder zu sehen bekommen. Als diesen Silantius mit seinen verdammten Fanatikern. Eigentlich. Na. Jetzt drückst du bitte den Knopf. Aber nein. Wie es scheint gibt es noch Luft nach oben. Wir hätten hier sterben können. Wären fast gefressen worden. Ach. Dieser Schweinehund. Unglaublich. Dass der einmal Arzt gewesen sein soll. Egal. Wir werden sehen was jetzt passiert. Immerhin haben wir sie überlebt. Ausdruck des Schleifers. Und jetzt geht es um schlumpen. Ich habe einen Schleifers. Und der Gältere wird unter dem Schleifers. Unschleifers. Das ist wirklich ein Schleifers. Und jetzt haben wir die Schleifers. Und jetzt gehen wir mit den Schleifers. Wir müssen uns direkt hin. Und jetzt gehen Sie da und stellen. Alle Themen.